What's up, what's up, Skateholder? Bei uns in Aachen sind von heute auf morgen einfach ein paar ukrainische Kids angekommen und sind dann immer wieder im Kennedy Park geskatet, ein paar Mal gesehen, ein paar Mal kennengelernt und natürlich haben die auch struggled mit Boards etc. und dann haben wir immer gesagt, kommt mal vorbei, kommt mal zum Shop. Wie geht's? Wie geht's? Wie war Weihnachten? Weihnachten? Weihnachtsg 하면? wie war es? alle waren da? Dett Moroz kam und klickt SNEGUROKKA gab es nicht? nicht gab es nicht gab es nicht gab es nicht gab es nicht wir machen und ich habe es nicht ich habe es nur auf den Karten und wir haben nichts ich habe es nicht gesehen ich habe es nicht gesehen Du hast uns nicht gefunden Wir leben hier so, dass niemand etwas nicht wusste. Wir können auch über Ukrainen schreiten, aber es ist sehr schwierig. Es ist schwierig. Ja, das sind alle meine Tasche, die wir selber machen. Wir machen die Tasche selbst. Es gibt einen Taschobaker. Was? Es gibt einen Taschobaker. 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 Es gibt eine Taschobaker. Es gibt einen Taschobaker. Es gibt einen Taschobaker. Aber er will einen Taschobaker. Es gibt auch eine Taschobaker. Ich hätte auch keine Taschobaker. Ich würde es einfach auf. Schlecht! Schlecht! Das ist ein Taschobaker. Meinem Ukrainer Freund. Und es ist 8.2. Ein Taschobaker. Wir haben uns ein Taschobaker. Ich hätte mir gerne gewünscht, dass ich so nach Deutschland gekommen wäre und einfach irgendeiner hätte mich verstanden, hätte gesagt, komm Bruder, auf korrekt, ein Wort schenke ich euch, korrekt ist korrekt, einmal sowas zu bauten, ne? Hier sind schon welche. Ja, zeig mal, wir machen welche machen wir. Wir haben noch einen. Das ist der OG. Überraschung, natürlich gesprayte von uns, auf korrekt ist korrekt. Ja, hier ist nur eins von dir, der Rest sind die Samples von mir noch. Jetzt. Wie bitte? 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 Ja. Natürlich, auf korrekt das Grupp-Tipp auch für die Jungs machen. Boom. Der Back ist noch mit Willian Supply supported. Here we go. Ein paar Kleinigkeiten hier noch verbessern. So. Давай. Was ich auch mache? Das ist das. 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 Und ich glaube, die Achsen sind die красивsten. Hier, eine Achsie ist Iron und eine Achse ist Independent. Es sieht aus wie ein Bord, das hier so rumliegt. Ein altes von mir. Mit Venture Trucks und alles drum und dran. Na, das ist dein. Du bist voll. Und das ist ein neues Bord. Danke. Es muss man sich an den Skater zu spielen. Man muss aber die Kinder dazu bringen, dass sie weiter gehen, dass sie Bock haben. Und mal alten Stuff abgeben. Wir fahren das Bord sowieso nicht mehr. Da funktioniert auch schon eine Achse nicht mehr, wo man nicht Mutter wechseln kann. Aber der kann erst mal fahren und erst mal dranbleiben. Direkt treffelt damit, Digga. Das wär's jetzt. Flip. Wow. Kickflip-Buddy-Vari. Bis jetzt. Wow. Back-to-back. Malzzy. 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 Michael Mink. Malzzy. Malzzy. Oh, was ihr sind? Das ist die erste Karstament. Kann ich mir mal alles so essen, was man ja ¿Kann beiKE insisted das hier primieren würde? Was geht auf? Alles klar? Frohes Neues. Frohes Neues, alle wieder back hier. Wir sind back im Local Park. Da sind natürlich die Meisterskater, die sind immer im Local Park, sich immer abhängen. Und hier haben wir auch natürlich die beiden Kids hier kennengenannt, die einfach von heute auf morgen waren die einfach jeden Tag da. Crazy. Das mal zeig ich mir sehr gespannt, wie gut die Skaten hier können in den Park mittlerweile. Oooooohhhhhh, Digga, komm du, fast, fast, try. Oh nein, das war so mies, du warst drin und dann wieder raus und dann wieder drin und dann kommt wieder raus. Rom, 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 Rom. Jaaaa! Tschüss. Und jetzt backflip noch. Ohhhhhhhhhh, 2023 meiner Fakker hier im Local Park. Steffen, mein Mann, Doppelabre Fakkers. Yeah, Biggie! Geil, Bruder, korrekt. So geht's los, Alter. Jaaaa! Ohhhhhhhhhh. Jaaaa! Ohhhhhhhhh, wo ist dein Anja? Jaaaa! Jaaaa! Das ist gut für die Boote. Ohhhhh! Ohhhh! Und jetzt mal wieder raus! Ohhhhh! Guck auf! Ohhhhh! Ohhhhh! Kommen sie alle raus, es kommen alle raus, die Sonne kommt raus, ist der dritte Tag, voll geiles Wetter, super entspannt, so 12 Grad, sonnig, Windstille, besser geht's nicht. Man muss ein bisschen natürlich Jacke und so, aber let's go. Natürlich sind die Young G's auch am Start. Tschüss Leute. Oh yeah. Tschüss. Ah, warte, weiter, weiter. Neues. Alles Neues, alle kommen sie, Bruder, alle kommen sie. Hallo, Rinder. Wie geht's? Frau 23, Bruder, forecast. Doppel eyes back. Ey, warte mal her. Gib mal ganz kurz, wenn wir schon mal hier, wenn wir schon den Vorstellungen haben. Es, man hat schon gesehen, es hat sich was bewegt beim DIY. Da sind paar Bagger. Kannst du ganz kurz, was ist frei, ist, haben die was gesagt, dass es losgeht? Also, Baugenehmigung ist da. Ja. Es ist angefangen worden zu bauen. Ja. Und jetzt wird alles hergerichtet und dann kommt irgendwann wir drauf. Ja. Voraussichtlich Mai. Ach, wirklich? Ja. Und dann wann, und wenn Mai ist schon ready, dann können wir loslegen? Dann können wir bauen. Das heißt, man kann ja schon so flat und so. Man kann dann schon in Mai. Hier wird ja auch eine Straße runter gebaut. Ja. Parkplatz, da kann man ja auch schon ein bisschen. Da kann man auch schon mal ein bisschen. Das heißt, es kommt Rehnflips im Mai ganz fresh im neuen DIY. Neuer Skatepark Aachen. Willkommen, motherfuckers. Neuer Skatepark Aachen wurde willkommen, motherfuckers. Also, watch out for that. Und du, die neue Fahrer. Boah, was für ein heftiger Tag. Geiler Vlog auf jeden Fall. Die Jungs supportet. Das macht einen so glücklich. Es macht einfach so glücklich, die Kids zu sehen, wie sie das genießen. Wie sie es nicht glauben können, dass sie so einen Support kriegen. Dass sie so ein Wort kriegen. Das Grinsen denen ins Gesicht zu zaubern, ist einfach unbeschreiblich. Das freut einen sehr, sowas einfach wiedergeben zu können. Und dann natürlich die ganze Session mit denen. Die waren voll gehypt hier zu skaten. Haben Tricks gemacht. Dann natürlich die Gian G's am Start gewesen. Es war eine geile Session. Vielen Dank fürs Zuschauen. Natürlich geht selber skaten. Einen Tag ohne Skaten ist ein verdammter Tag. Also geht the fuck out. Geht skaten. Hab Spaß. Peace. OG Distribution. Das heißt also für euch alle da draußen, die irgendwie ein eigenes Brand haben. Oder eins machen wollen. Oder ihr habt einen Laden. Oder wie auch immer. Ihr wollt auf jeden Fall Boards bedrucken. Oder sonst was, was ihr bedrucken wollt im Skateboarding ist. Wir sind am Start. Meldt euch bei uns. Bei den Boards fängt das ca. bei 50 Boards an. Da bedruckt mir jetzt Boards. Also 1, 2, 3, 4, 5 Boards. Also so kleine Mengen bedruckt mir das gar nicht. Es geht wirklich ab 50 los. Und dann natürlich auf Anfrage. Je mehr man bestellt, desto günstiger ist natürlich der Preis. Welche Farbe man will. Und so weiter und so weiter. Also wie gesagt. Da müsst ihr einfach ein Angebot anfragen. Wird natürlich eine E-Mail Adresse hier unten drunter einfach knallen. Da könnt ihr gerne alle Anfragen stellen. Was ihr haben wollt. Oder wie es aussehen soll. Oder was möglich wäre. Und dann checken wir ab. Wie das Ganze dann aussehen soll. Zum Beispiel auch hier mit sowas wie mit einem Sticker hier in der Folie dahinter. Und so ein Quatsch. Das können wir natürlich dann alles beim Angebot alles abchecken zusammen. Wie ihr das gerne hättet.